Hey, was sammelst du für Straßenhunde? Für den Kalender. Lebst du auf der Straße? Jetzt ja, sechs Jahre. Wieso? Ich habe gearbeitet bei der Küche, drei Jahre Schweizer. Entzündung, Knochen, 2020. Ich habe dreimal gezogen. Ich habe den Knochen bei Investitionen. Darf ich dir noch was geben? Vielleicht hilft dir das ja. Das ist ein 100 Euro Essensgutschein. Echt? Da ist das 100 Euro drauf. Der ist wirklich für dich, ja. Den darfst du nehmen, ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschau. Tschüss.